Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia, unser Elohim. Halleluja. So, wir sagen direkt ganz am Anfang, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Es geht um Joshua, unser Herr und unser Elohim. Herr, danke für diesen Moment und danke für dein Wort und für die Gnade, Joshua Maschia, dass ich für dich das Wort weitergeben darf. Danke, Herr, im Namen Joshua Maschia. Amen. So, hallo zusammen. Nochmal heute unser Thema. Wie werden das Thema wieder sich wahrscheinlich entwickelt im Laufe der Predigt? Im Laufe der Lehre. Ja, wir sind also ganz, wir sind kurz vor dem Ende des Jahres. Also heute 27. Dezember 2022. Also das Jahr neigt sich also zu Ende. Und ja, wie immer, jedes Jahr haben wir alle Pläne, Ziele und jeder versucht irgendwie das Beste plant. Er plant also das Beste für nächstes Jahr, bestimmte Ziele zu erreichen. Und ja, um einfach das vergangenes Jahr zu verbessern. Ich hoffe, dass es also so ist, also bei allen. Aber genau in dieser Zeit, also gibt es Ziele, ja, ich will abnehmen und da gibt es, ja, ich werde viel Sport machen. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, ich werde viel beten, ich werde viel lesen, ich werde das und das und das machen. So viele Ziele, ja, einfach, weil jeder jedes Jahr versucht, also irgendwie das Beste, also das Beste aus seinem Leben zu bringen. Halleluja. Also, aber wir Christen, wir haben bestimmt also Ziele, aber wir sehen also, dass das Jahr, dieses Jahr war auch hart, also für viele. Die letzten Jahre, also mit der Pandemie und viele sind gestorben, dieses Jahr auch. Also, das bedeutet, wir sind also alle da auf der Erde, aber es gibt Leute, die eine bestimmte Zeit auf dieser Erde haben. Und ja, wir müssen also das Beste, diese Zeit also einfach rauskriegen. Also nochmal für uns, die Christen, es geht darum, dass wir weiter mit dem Herrn wachsen, weiter für den Herrn leben. Halleluja. Aber, ich möchte trotzdem uns alle nicht nur ermutigen, aber erstmal, also dass wir uns ein paar Fragen stellen. Ich habe also eine kurze Geschichte, ich erinnere mich, also vor ein paar Jahren hatte ich also Predigt, also da Zeugen ist also von einer Dame gehört, das war also die Frau von einem Pastor in Uganda. Und die Geschichte kurz, also die Dame ist in einer, das war, sie ist also gestorben. Und dann befanden sie sich also vor dem Herrn und Joshua, also unser Herr, hatte sie eine Frage gestellt und die Frage war, wo sind die Früchte? Wo sind die Früchte für dein Leben überhaupt, also auf dieser Erde? Was hast du überhaupt für mich getan? Ich habe dir das gegeben, ich habe dir diese Gabe, diese Möglichkeiten, ich habe das und das und das für dich getan. Und diese Frage sollen wir uns also alle auch stellen, wo sind überhaupt die Früchte? Wir sind jetzt Ende 2022, da müssen wir ab und zu mal auch hinter unser Hücken gucken und sagen, okay, wo sind die Früchte? Was haben wir überhaupt für unser Herr, was haben wir überhaupt für Joshua, Mashiach getan? Wie haben wir überhaupt unser Leben gelebt? Und was wollen wir überhaupt weiter für den Herrn tun? Einfach, weil wir alle, der Punkt ist also, viele von uns wissen nicht mal, also wie viel Zeit wir überhaupt auf dieser Erde haben. Diese Dame fand sich also vor dem Herrn und der Herr sagte direkt, wo sind die Früchte für dein Leben? Was hast du überhaupt für mich getan? Wo sind die Früchte? Ich will die Früchte sehen. So, wir werden uns also diese Frage stellen. Mein Bruder, meine Schwester, wir sind Christen. Christen sind Leute, die dem Herrn Joshua Mashiach angenommen haben, sein Wort angenommen haben und für ihn leben, die folgen Joshua Mashiach. Wir sind so etwas wie kleine Mashiach. Also, was ist mit deinem Leben? Was ist überhaupt mit unserem Leben? Und wenn man sich also diese Frage stellt, also für mich, also wenn ich habe nachgedacht, das machen wir alle. Alle machen das, also jedes Jahr, am Ende des Jahres, denken wir nachher, was habe ich, also und, und, und. Normalerweise sollten wir uns also diese Frage also jeden Tag stellen, aber laut unserem Kalender, also das Jahr neigt sich also zu Ende und was, da muss man sich also die Frage stellen, was ist. Aber, wir könnten uns also diese Frage stellen, also durch, lesen wir mal also ein Bibelfers, gehen wir mal also in die Bibel und lesen wir mal etwas, also in Matthäus oder Lukas, die Geschichte ist auch in beide, ich nehme mal Lukas. Lukas 13, Lukas 13, Lukas 13, Kapitel, äh, ne, Lukas Kapitel 13, Verse, ab Vers, ich glaube, Vers 6, oder? Machen wir mal ein bisschen größer. Also, äh, lesen wir mal Vers 1. Es waren aber zur selben Zeit etliche angetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sag ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, äh, 18, auf die der Turm in Ziloa fiel und sie erschluckt, Meint ihr, dass diese Schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sag ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Halleluja. Bevor ich weiter, ich sag, Vers 6, also hier, die ganze, also die Geschichte, sind also Menschen gestorben, sind also Menschen wurden also von, äh, von Pilatus also richtig, also, äh, sehr schwer ermordet, also hart ermordet, schlecht und so. Und Joshua Maschier sagte, also denkt ihr überhaupt also, dass diese Menschen, äh, irgendwie, dass ihr besser als diese Menschen seid? Und, also wir zum Beispiel, also die Menschen, die Leute, die, die den nächsten, in den nächsten Tagen vielleicht, also 20, 23 erreichen werden. Wir auch mit der Joshua Gnade, wir werden 20, 23 auch erreichen und wir sagen, hu, Halleluja, danke, Herr, danke, dass du uns also noch Leben gegeben hast. Danke, Halleluja, und so weiter. Aber, Joshua Maschier sagt, okay, ja, da sind Menschen, also 20, 22 gestorben, da sind Menschen, die, 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 die gestorben sind. Und, okay, denkt ihr überhaupt, also ihr lebt weiter, denkt ihr, dass ihr besser, besser als diese Menschen seid? Aber wenn ihr Buße tut, Buße tut, also das heißt, das Wichtigste für uns, wichtig ist also, dass wir Buße tun, dass wir uns, dass wir umkehren, dass wir zum Herrn umkehren, zurück zum Wort, dass wir mit dem Herrn weiterleben. Das ist das Wichtigste. Kennt ihr noch die Geschichte, also, als die Jünger, Joshua Maschier, also, die sind also auf Mission gegangen, haben sie so viele, die haben Dämonen ausgetrieben, hatten also so viel Salbung erlebt. Und Joshua sagt, also, freut euch nicht, also, dass die Dämonen aus euch gehorchen und sowas. Freut euch lieber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, Halleluja. Also, was ist das Wichtigste? Joshua Maschier sagte, tut Buße, tut Buße, kehrt um, kehrt um, kommt zu mir, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschier. Halleluja, und das ist genau, was wir immer und immer wieder hier sagen. Das Jahr endet sich, also, bist du mit dem Herrn gegangen? Okay, schön, du lebst immer noch, schön, wir leben alle immer noch. Aber denkt bitte nicht, dass wir besser als diese Menschen sind, die gestorben sind, die schon weggegangen sind. Wow. Und dann geht da so weiter die Geschichte, also, ab Vers 6. Und er sagte dieses gleich nicht. Liebe Geschwister, hört mal zu. Ich mache das noch ein bisschen größer. Hört zu. Ah, das ist zu groß. So, Vers 6. Und er sagte dieses gleich nicht. Es hatte jemand einen feigen Baum, der war in seinem Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte Furcht darauf und fand keine. Er fand keine. Der Baum war also in diesem Weinberg und wurde schon lange gepflanzt und kam. Und er suchte Furcht und darauf fand er keine. Vers 7. Da sprach er zu dem Weingärtner. Siehe, drei Jahre komme ich und suche Furcht an diesem feigen Baum und finde keine. Hau ihn ab. Hau ihn einfach ab. Er ist also mehrmals gekommen. Und es gab immer keine Früchte. Und die Bibel sagt hier, drei Jahre. Also bestimmte Zahl hat er gegeben. Drei Jahre suche ich Früchte. Also das heißt also für dich, also für mich, also für uns alle. Wir wissen nicht, wie viele Jahre. Wie viele Jahre hat er überhaupt dem Herrn dich gegeben oder mir gegeben? Wie viele Jahre? Sind das zehn Jahre bei dir? Zwölf Jahre bei mir? Und der Herr verlangt immer. Wo sind die Früchte? Wo sind die Früchte überhaupt also für dieses Leben? Also du bist auf dieser Erde. Ich habe dich also da in diesem Weinberg gepflanzt. Und ich seit zehn Jahren, seit zwölf Jahren, für die Leute, die schon also Christ seit 20 Jahren, der Herr kommt, jedes Jahr. Und sagt, es sind schon 20 Jahre. Ich verlange, ich erwarte Früchte. Wo sind die Früchte überhaupt? Du bist schon also Christ seit 20 Jahren. Seit 30, seit 10, seit 5, seit 2 Jahren, seit 3 Jahren. Und er kommt immer und sagt, ich verlange, ich will Früchte sehen. Aber es sind keine Früchte. Und dann sagt er, hau ihn ab! Warum macht, und liest mal, und es geht weiter. Warum macht er das Land unnütz? Das heißt, drei Jahre lang, dieser Baum ist da, kriegt alles und, 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 und. Die Erde ist einfach unnütz, also unnützlich. Was ist, nichts passiert, macht gar nichts. Wofür überhaupt? Du liest die Bibel tausendmal, tausendmal, du betest so viel, du, keine Ahnung, du machst das und das. Wo sind die Früchte überhaupt von deinem Heil? Dein sogenannte Christkinder des Herrn, ich bin ein Kind des Herrn. Ja, wo sind die Früchte? Täglich stehst du auf, diese Atem hast du von dem Herrn. Dankst du ihm überhaupt dafür? Du kriegst was zum Essen, du kriegst was zum Schlafen, du hast also Tests, du hast Tests, so viel. Aber viele sind gestern, vorgestern gestorben und du kriegst nur ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Und der Herr sagt, seit drei Jahren suche ich also Früchte und finde keine. Hau ihn ab! Vers 8 Er aber antwortete, das ist der Weingärtner, der Weingärtner sagte, er aber antwortete und sprichst zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, nur ein Jahr, also hier, drei Jahre lang gewartet und dann verlangte bitte der Weingärtner, bitte gib mir noch ein Jahr, lass ihn noch dieses ein Jahr, dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger gelegt habe. Ob er vielleicht doch noch Frucht bringt, wenn nicht, so haue ich ihn danach ab. Also, hey! Der Herr mit so viel Gnade, also der Weingärtner hier zeigt Gnade und sagt, ich weiß. Der Typ da, diese Dame, der Bruder da, ist schon lange Christ, ich sehe keine Früchte, aber bitte gib nur ein Jahr. Gib nur ein Jahr. Ja, 2020 war nicht in Ordnung, vielleicht gib nur 2023, bitte, bitte. Sonst hau ihn ab. Wie, ich lache, aber es tut, oh Herr, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ich rede da, aber ich nehme das auch für mich. Es ist so wichtig für uns alle. Es ist so wichtig, also für uns alle. Sonst werden wir abgehauen. Hau ihn ab. Es ist einfach sterben. Er ist da die ganze Zeit auf dieser Erde. Bist dieser Christ schon lange. Und was tut diese Person überhaupt? Und verbring nicht die Zeit mit dem Herrn. Betet nicht. Und er bekennt sich also als Christ. Und was tust du überhaupt mit deinem sogenannten Christentum? Was tust du? Und die erste Früchte überhaupt. Die erste Früchte, also was unser Herr verlangt. Oh, ich muss nicht unbedingt alle Früchte in Galater Kapitel 5 auflisten. Aber das wissen wir alle. Die Früchte, der Heilige Geist. Die Früchte, der Heilige Geist. Joshua sagte ganz am Anfang von diesem Kapitel 13. Wenn ihr keine Buße tut, dann werdet ihr. Ihr seid nicht besser als diese Menschen, die gestorben sind. Nein. Ihr seid nicht besser. Aber wenn ihr nicht Buße tut, dann endet ihr genauso. Buße tun. Buße tun. Und die Bibel sagt, oh, Joshua, Maschia. Oh, Lukas, Lukas oder Matthäus 3. Lukas 3, Lukas 3. Halleluja. Oh, Johannes, Johannes 3. Also das ist. Lese ich mal, lese ich mal. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaiser Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter von Judea war und Herodes, Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus, aber Vierfürst von Itura und dem Gebiet von, ich will das Ganze nicht lesen, warte mal, ich will direkt, direkt auf den Versen, ich weiß nicht mehr, wo das ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Also, ah ja, genau, Vers, sagen wir ab Vers 3. Und er kam und die ganze Umgebung des Jordanes und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Vers 4. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht. Die Stimme eines Rufendes ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden. Vers 6. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausgingen, um sich von ihm taufen zu lassen. Schlangenbrot, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Vers 8. So bringt nun, Halleluja, genau dieser Vers, was ich gesucht hatte, Halleluja. Vers 8. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen steinen Kinder zu erwecken. Also hier im Vers 8. Und die Bibel sagt, die Bibel sagt, die Menschen kamen also zu ihm, die wurden also getauft, die haben Buße getan, wurden getauft und so. Und die Bibel sagt ganz klar, bringt Früchte, die würdig sind, diese Buße. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Also da gibt es Leute, die kamen immer wieder, sagen, Herr bitte, vergib mir, dass ich das getan habe, vergib mir. Ja, und der Herr sagt, ja. Wie die Bibel sagt, also in 1. Johannes Kapitel, Kapitel 2, Kapitel 1, Vers 9 steht also da drin, Ja, wenn wir gesündigt haben, er ist treu und gerecht und zu verzeihen. Steht ganz klar, wenn wir Buße tun, er vergibt uns, er vergibt uns. Aber hier sind die Früchte verlangt, er verlangt die Früchte dieser Buße. Herr, vergib mir. Und okay, wo sind die Früchte jetzt? Du sagst also, vergib mir, dass ich gesündigt habe, dass ich gelogen habe, dass ich das getan habe, dass ich das gesagt habe, dass ich die Leute manipuliert habe, dass ich die Leute so und so und so, vergib mir. Wo sind jetzt die Früchte? Wo sind die Früchte? Wir wollen die Werke sehen, die Werken dieser Buße. Wo sind die Früchte? Sagt die Bibel hier. Halleluja. Halleluja. Und es geht weiter. Es geht weiter. Also, wir waren also Vers 8. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und jetzt springe ich also auf Vers 9. Vers 9. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Genauso in Lukas Kapitel 13. Genauso. Joshua Mashiach hatte diese Lehre schon hier gegeben und hat das in Lukas 13 wiederholt. Halleluja. Mit dem Gleichnis. Halleluja. Jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird abgehauen. Drei Jahre lang, hat er dort gesagt, drei Jahre habe ich dir gegeben. Ich warte. Wo sind die Früchte? Was tust du? Und dort sagte der Weingärtner, warte mal, warte mal, warte, bitte, 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 bitte hau ihn nicht ab, bitte, nimm sein Leben nicht weg, bitte, bitte, gib ihm ein, gib ihm dieses Jahr. Ich werde Dünger, ich werde Dünger, ich werde alles, also Dünger stehen, alles, also sein Leben in einem, wie sagt man das, also ich will seine Umgebung mal, wie sagt man das, verbessern. Oh, er sagte, er sagte, er hatte keine Zeit, so, okay, ich gebe ihm also ein bisschen Zeit, ja, er sagte, ich hatte kein Geld, okay, ich gebe ihm also ein bisschen was, er kriegt da seinen Job und dann hat er ein bisschen Geld. Aber er sagte, ja, die Leute waren nicht da, ich war so, ich wurde immer gestört, okay, jetzt, jetzt ist er allein. Oh, das hat er mir gefehlt, okay, er hat das gegeben. Ja, ich bin nicht verheiratet oder ich habe keinen Mann oder ich habe keine Frau oder ich habe keine, okay, okay, jetzt, ich tue alles, jetzt hat er einen Mann oder eine Frau. Oh, ja, mir hat das gefehlt und, 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 der Herr hat alles organisiert, macht alles schön. Ich habe kein Haus, ich habe keine Wohnung, ich habe das nicht, ich habe dann kein Auto, ich habe blablabla, okay, 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 ich gebe dir diese ganzen Sachen. Und jetzt, alles ist schön, die Umgebung wurde also richtig, also, äh, aufgeräumt, okay, jetzt, auf geht's, auf geht's, auf geht's, tu doch was. Und dann passiert nichts. Und dann kommt er wieder, wo sind die Früchte? Hallo, wo sind die Früchte? Ich warte. Ich warte, letztes Jahr hattest du gesagt? Ja, okay, äh, Herr, gib mir noch ein bisschen Zeit, okay, ich habe dir dieses, letztes Jahr gegeben. Und jetzt, dieses Jahr, was ist los? Wo sind die Früchte? Wo sind die Früchte? Wo sind die Früchte? Was hast du getan? Herr, bitte. Wir verlangen immer Zeit. Herr, bitte gib mir noch. Oh, Herr, wenn du das gibst, wenn du mir so viel Zeit, wenn du so, 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 so was in meinem Leben tust, dann, dann. Ist das nicht, was wir immer machen? Ist das nicht, was wir immer tun? Hm? Ich werde uns also, ich möchte uns also alle sagen, was wir, was in unserem Leben nicht passieren darf. Wirklich. Das, es ist gefährlich. Also, er sagt hier, jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und da fragte ihn die Menge und sprach, was sollen wir denn tun? Dann sollst du uns diese Frage ausstellen, was soll ich denn tun? Was sollen wir denn tun? Das wollten sie alle wissen. Was sollen wir denn tun? Es ist so gefährlich, liebe Geschwister, wenn der Herr immer wieder und immer wieder Früchte verlangt und wir gehorchen nicht. Die Früchte sind nicht da, einfach weil wir nicht gehorchen, weil wir nicht sein Wort folgen, weil wir nicht in seinem Gegenwart bleiben, weil wir nicht einfach gehorchen. Es ist schon mal passiert, also jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese und ich frage mich, boah, Herr, warum denn? Wieso? Wieso hast du sowas, Herr, wieso? In Markus Kapitel, in Markus Kapitel 11 zum Beispiel, also steht da, da gibt es auch eine Geschichte, wo der Herr etwas haben wollte, in Markus Kapitel 11, ab Vers 12, glaube ich, oder? Ja, genau, der unfruchtbare Feigenbaum, genau. Vers 12 Und als sie am folgenden Tag Betanien verließen, hatte er Hunger, also der Herr, unser Herr hatte Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob, liebe Geschwister, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nicht als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Also er hat den Baum, diesen Feigenbaum verflucht. Einfach gesagt, also von dir kriegt man gar nichts, also ich habe nichts gekriegt, dann soll niemand was von dir auch bekommen. Wow. Wow. Wahnsinn. Also, wenn man das liest, also man denkt, okay, das ist nicht für Flucht, aber gehen wir mal weiter da unten, Vers 19 und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Vers 20 Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Wow. Von den Wurzeln verdorrt. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Er wollte was, also von dem Baum. Früchte. Hat die Früchte nicht gekriegt. Und hat gesagt, also von dir, du willst nicht gehorchen, du willst nicht, also von dir kriegt niemand was. Aber das ist der Tod, liebe Geschwister, verdorben. Das ist der Tod. Komplett trocken. Von den Wurzeln. Das ist der Tod. Gestorben. Ach, Joshua, Maschia. Joshua, Maschia. Deswegen müssen wir aufpassen, liebe Geschwister. Der da, diesen Feigebaum, hat man nicht gesagt, okay, gib mir noch ein Jahr. Gib mir noch dieses Jahr. Gib mir noch, Sophia, direkt reagiert. Baum. Sofort trocken geworden. Der Tod. Fertig. Ach, Joshua, bitte. Ach, Joshua, Maschia. Was unser Herr verlangt ist, ist der Grund, warum er so keine Früchte da gibt. Warum gab es so keine Früchte, warum gibt es überhaupt in unserem Leben keine Früchte, einfach weil wir nicht gehorchen, weil wir nicht in dem Herrn bleiben. Heute mit dem Herrn, heute mit dem Herrn, morgen in der Sünde, heute, morgen in der Sünde, übermorgen, vielleicht am nächsten Tag, ja, dann ist man also sowas wie, ja, entmutigt. Und dann wieder, äh, der Herr sagt, tut das. Oh, nee, ich habe keine Zeit. Oh, 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 und so weiter. Oh, 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 und so, und so, und so. Und die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, und er kommt jedes Jahr, hallo, nächstes Jahr, hallo, wieder, hallo, hallo, wo sind die Früchte? Deswegen sagte Joshua, Maschia, denkt ihr nicht, also, dass ihr besser als diese Galiläer, die gestern, die, die letztes Mal von Pilatus so getötet wurden, denkt ihr nicht? Viele Leute hätten überhaupt nicht gedacht, also, dass in Ukraine so viele Leute auf einmal in Europa, Krieg, also, so anfängt, bumm, 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 Bomben fallen, und so weiter, das ist Europa. Die Leute waren so irgendwie daran gewöhnt, also nur, äh, in Afrika, fern von Europa, äh, sowas zu sehen. Die Leute sterben, so, durch Kriege. Vor ein paar Jahren war das auch für die Leute, für viele Menschen, äh, Krankheiten, äh, äh, fern, weit weg, weit weg von Europa zu sehen. Oh, dass Leute dort also sterben, dort gibt es also Ebola, dort gibt es also AIDS, und, und, und. Dann plötzlich, bam, kam die Pandemie, und so viele Menschen sind in Europa auch gestorben. Und jetzt ist also Krieg direkt in der Nähe, direkt da, so viele Menschen fliehen, Bomben fallen, Dinge, die wir niemals, niemals, also, äh, niemals gedacht hätten. Denkt ihr nicht also, dass wir besser als diese Menschen sind, die gerade sowas erleben? Wir müssen Buße tun. Wenn der Gnade des Herrn also kommt und gibt uns noch ein Jahr, zwei Jahre und sowas, es ist einfach, damit er irgendwann mal Früchte von uns bekommt. Er will die Früchte sehen. Wo sind die Früchte überhaupt von, 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 von diesen Gaben, die du bekommen hattest? Jetzt rede ich nicht also von den, den Heiligen Geist, die Gaben der Heiligen Geist, aber diese Werke, die Zeit, das Leben, was er dir gegeben hat. Wo sind die Früchte? Das Leben als Christ, wo sind die Früchte? Du bist Christen, seit, seit wann bist du Christ? Seit wann sind wir Christen? Wo sind die Früchte? Wo sind die Früchte? Das ist, was der Herr also von uns verlangt. Ah, Joshua Maschia, hilf uns, Herr. Hilf uns, Joshua, in deinem Gegenwart zu bleiben. Hilf uns, Joshua Maschia. Die Lösung, wie kann man also die Früchte bringen? Was? Was können wir tun? Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Halleluja! Halleluja! Der Weingärtner sagt, gib ihm noch, gib ihm noch ein Jahr. Gib ihm noch dieses Jahr. Gib ihm noch so viel Zeit, so viel Zeit. Weißt du überhaupt, wie viel Zeit du bekommen hast, ich bekommen habe? Ich weiß es nicht. Vers 2. Johannes Kapitel 15. Vers 2. Jeder Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Halleluja! 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 Vers 3. Ihr seid schon rein um das Wort des Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir! Und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ich seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nicht tun. Halleluja! Joshua, Maschia, ich preise deinen Namen. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Um Früchte zu bringen, müssen wir beim Joshua, Maschia bleiben. Zuerst zurück zum Wort. Zurück zu Joshua, Maschia. Erstmal muss man also ein Christ werden. Und als Christen in Joshua bleiben. Buse tun. Halleluja! Ho, Joshua, Maschia! Buse tun. In ihm bleiben. Weil entfernt von ihm können wir keine Früchte bringen. Du hast dich also an eine Gemeinde, an eine christliche Gemeinde, an eine Gruppe, also und erwartet, dass du, weil du also in einer Gruppe bist, in einer Denomination bist, in einem Kirchengebäude immer bist und irgendwelche Bischöpfe, Pastoren, Pfarrer besucht, dachtest du, dass du so Früchte bringen konntest. Nein, die Früchte bringt man nur, wenn man in Joshua, Maschia bleibt. Halleluja! Halleluja! In Joshua, Maschia bleiben, so bringt man Früchte. Halleluja! Oh, Herr, ich preise deinen Namen. Ich preise deinen Namen. Und noch etwas, nicht nur in Joshua, Maschia bleiben, wenn wir in Joshua, Maschia bleiben, es kommt noch ein anderes Prozess. Das Sterben. Wenn wir sterben und er in uns lebt. Halleluja! So bringen wir die Früchte. Halleluja! Oh, Joshua, dein Wort ist wunderbar. Wunderbar! Wunderbar! Johannes Kapitel 12, Halleluja! Johannes Kapitel 12, oh, Joshua, Maschia. Wie bringen wir überhaupt die Früchte? Nur wenn wir sterben. Halleluja! Halleluja! Wahrlich, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht hoch. Halleluja! Halleluja! Hm, das Sterben, wo deine Wille täglich, täglich stirbt und der Wille des Herrn einfach wächst. Und so bringen wir Früchte. Deswegen sagte Joshua, Maschia, wer mir folgen will, soll sein Kreuz tragen. Halleluja! Ich gebe unter so alle die Lösungen, liebe Geschwister. Die Lösungen, in ihm bleiben. Und täglich sterben. Und so werden wir, wenn der Herr also zu dir oder zu mir oder zu irgendjemand gesagt hat, okay, gib ihm noch dieses Jahr. Gib ihm noch 2023. Gib ihm noch die nächsten 10 Jahre. Gib ihm noch die nächsten 20 Jahre. Sag, mein Bruder, meine Schwester, so sollen wir, so müssen wir weiterleben, damit wir Früchte bringen. Damit wir nicht überrascht werden, wenn der Herr zu uns kommt und sagt, wo sind die Früchte? Und dann sagen wir, Herr, du kennst mich. Nicht, dass er sagt, ich habe dich nie gekannt. Nein, liebe Geschwister, nein, das wollen wir nicht. Wie das also in Matthäus 7, 21 steht. Nicht alle, die hierher sagen, werden reinkommen. Nur die, die den Willen des Herrn, die Willen meines Vaters tun. Die da. Wie können wir diese Willen des Herrn, wie können wir diese Willen des Herrn tun, nur wenn wir in ihm bleiben. Nicht in Menschen, nicht in Gruppen, nicht in keiner, nein. In ihm bleiben. Täglich sterben. Täglich sterben heißt es also, wie gehorchen seine Wille und unser Wille stirbt. Alleluja. Alleluja. Damit wir für ihn weiterleben können. Damit wir Joshua Maschiha folgen können. Wenn Joshua zu dir sagt, geh in diese Stadt, geh dort, geh dort und tu das und tu das. Mach das, mein Bruder. Mach das, meine Schwester. Betet das, also vielleicht so ein paar Geschwistern, also die auch helfen können, die das auch bekommen haben. Aber tu, der Wille des Herrn. Tu, was der Herr sagt. Alleluja. Ich bete für das Werk in ganz Deutschland. Ich bete für das Werk Joshua Maschiha in Europa. Alleluja. Dass der Herr uns also erweckt. Ich bete für die Erweckung von den Kindern des Herrn. Alleluja. Dass wir alle aufstehen und sein Werk tun, sein Wort tun. Jede Einzelne. Jede Einzelne. In sein Leben. Das Werk des Herrn tut. Alleluja. Alleluja. Zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Maschiha. Damit wir nicht überrascht werden. Wenn Joshua kommt, dann können wir sagen, Herr, du hast uns gekannt. Hier sind die Früchte. Alleluja. 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 Joshua. Ich bete, dass du uns alle stärkst, Herr. Oh, vergib uns, Joshua Maschiha. Dass wir die Menschen, dass wir so viel Vertrauen auf Menschen, auf Dinge, auf diese Welt gelegt haben. Vergib uns, Joshua Maschiha. Aber wir kommen zu dir. Dein Wort sagt, wir sollen Buse tun. Joshua Maschiha. Wir kehren um. Wir tun Buse. Wir sagen zurück zu dir. Zurück zu Joshua Maschiha. Herr, bitte vergib uns. Und stell uns, Herr, dein Wert zu tun. Halleluja. Herr, gib uns die Gnade, Joshua Maschiha. Herr, im Namen Joshua Maschiha. Wir sagen zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Maschiha. Amen.